Das Hotel Gardenia liegt in Afendu in Rodos. Das Hotel Gardenia ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 18 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 18 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 5,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,3 Sonnen von 5,3 Sonnen widerspiegelt. Zimmer Mit 5,2 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke, sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,2 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke, sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,1 von 6 Sonnen vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.